Wann gibt es ne neue Folge Raft? So, ich bin da. Ja, Aufnahme ist auch schon an, seit 12-13 Sekunden. Und ich joine gerade. Warum hast du die Aufnahme schon seit 12-13 Minuten an? Sekunden! Minuten wäre ja ein bisschen doof. Sooo, da ist er. Ja, das geht. Gut. Ich höre da unten jemand schmatzen. Glaub nicht, ich muss hier ein bisschen auf dich warten. Ich bin nur rumgestanden und trotzdem. Und trotzdem bin ich früher unten halt zu. Kriegst du da keinen Schaden? Nö, wenn du... Warte. Ey. Ich muss langsam hoch. Hier runter springst, kriegst du keinen... Also wenn du von da oben runter springst, kriegst du keinen Schaden. Okay. Äh, Inventar. Einmal das Essen da rein. Kann ich... Ich kann nicht schlagen. Das ist fies. Äh, wir wollten zum Boot. Hm? Wo ist es? Gute Frage. Wo ist der Weg nach unten überhaupt? Ich meine, beim letzten war das ja dieser Tunnel, den wir freischlagen mussten. Also ich höre das Wasser auf jeden Fall. Bist du einfach runter gesprungen? Nö. Ich bin auch hier oben. Warte mal. Hier hinten muss doch der Tunnel sein. Hab ihn. Bäume konnte man ja hier keine fällen, oder? Ne. Das ist eine Mapinsel. Außer vielleicht die kleinen da. Ich weiß es nicht. Ich gucke mal. Doch. Kinienzapfen. What? Warte jetzt, ey. Ne, die gehen nicht. Weitere mich? Ne, ich hab Kinienzapfen. Also die Tannenbäume kann man fällen. Die kleinen. Ja. War hier nicht der Bär? Beim letzten Mal? Äh. Egal, da ist ein Baum. Da hinten ist noch einer. Geradeaus durch. Link. Wir können ja mal jeden Baum testen hier. Die großen gehen nicht, das kann ich dir gar nicht. Also wer hier eigentlich, der geht noch. Hä? Ach dort bist du. Hier ist noch einer, der geht. Kein Bärensicht. Warte mal. Wo geht's zum Wasser? Runter auf jeden Fall. Na ja. Das ist doch auf jeden Fall der Weg wieder runter. Ja gut, also zum Wasser kann man auch an der Seite runter rutschen. Ja, aber du willst ja noch die Bäume mitnehmen, dachte ich. Der müsste nicht alle mitnehmen. Ich hab vier Pinienzapfen. Ich denke mal, wenn wir die einpflanzen, dann haben wir sowieso wieder neue Bäumchen. Da sind Bienen. Da gibt's also Honig. Den hattest du schon geerntet letztes Mal. Boah, jetzt haben wir schneller produzieren. Ich glaub das ist eine einmalige Sache. Wie Manns? Ranger Station, Relay Station 2. Wir gehen da runter. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Marc! Ich hab das gehintet. Und dann muss man Gloob in die Richtung gehen. Oh oh. Oh oh. Okay. Äh. Auf wen ist denn der Agro? Auf mich wahrscheinlich. Dann geh weg von mir. Nein. Der ist weg. Hört sich nicht so an. Doch, doch. Der ist wieder nach da hinten gedaddelt. Da oben ist die Brücke, die du abgeschossen hattest. Wir kommen auf jeden Fall zum Wasser. Da ist noch ein Tannenbaum von dir. Äh. Ja. Hier sind wieder Bienen. Oh. Oh oh. Oh oh. Du sagst einen schönen Tag. Ich springe. Ja, ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Wie du kannst nicht. Nein. Kein Hund oder? Nein. Ich musste erstmal irgendwas zu mir nehmen. Wegen Essen und Trinken. Ich krieg das hin. Tschüss Bär. Ich hab nochmal schnell Honig eingesammelt. He. 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 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ich hab den Bär geklatscht. Toll gemacht. Ich schwimm trotzdem zurück. Ich bin auch unten im Wasser. Ich hab wieder Bärfleisch und Leder. Das ist ja die Hauptsache, das brauchen wir ja alles noch. Ich hoffe, ich schwimme richtig rum um die Insel. Ach und wenn, ist doch auch nicht schlimm. Folgst du mir oder bist du andersherum? Nein, ich bin auf dem gleichen Weg wie du. Ich habe mich noch nebenbei voll gefressen. Da sehe ich dich immer rausspringen, aber ich kann dir sagen, das bringt nichts. Das ist auf jeden Fall schneller. Ne. Ich muss immer selbst probieren doch. Ich merke keinen Unterschied. Auf jeden Fall verbrauchst du dabei mehr Hunger und Durst. Dafür ist man halt schneller. Ich weiß, dass man mehr verbraucht. Oh, süßes Zuhause. Und irgendwas stimmt mit dem Anker nicht. Aber das soll nicht mehr sein. Möwe. Grüß dich. Ähm. Ja? Ne, ne. Ich habe keinen Fehler mehr. Was? Wie? Ja, wir waren Möwen. Oh, wow. Was für Kackviecher. Ach, Mann. Ach, Mann. Ach, Mann. Ach, Mann. Sag, sag. Ich hoffe, ich habe noch so viel Gemüse. Würste schon haben. Komm mal. Ernsthaft, du scheiß Kackhai. Ne, ich habe gerade noch ein bisschen Metallschrott gefarmt. Und habe mich unten in die... Ach so, das war beim letzten Mal schon mit dem Anker. Äh, hab noch... Sieht das bei dir auch so komisch aus? Das... Komm mal bitte hoch zu den Rezepten. Äh, warte, warte. Die sahen nie so aus. Ja, man sieht, was man braucht. Ja, weil so rot hinterlegt. Du meinst die Schrift und die Zahlen? Ja. Ja. Vielleicht, weil du das nicht hast. Ähm, rohes Fleisch mache ich hier in die Fleischkiste. Was habe ich hier? Kraftstofftank. Deine komischen Zapfen mache ich dir hier rein. Äh, wo sind sie denn da? Hm. Das stimmt, wir hatten ja neue Rezepte auch. Jupp. Wir haben keinen Bergkopf. Doch, da haben wir einen. Äh. Ähm, Ike. Gründe Frage. Hab ich irgendwas an? Ja. Hä? Biva nochmal ist, äh, die Dings wechseln hier. Steuerung. Ich hab ihn eigentlich im Bärenkopf oft gesetzt. Ja, interagieren, drehen. Ja, du hast den an. Keine Sorge. Warum sagst du, ich hab nix an? Das ist scheiße. Ich will trotzdem wissen, wie ich die Sicht hier wechseln kann. Gar nicht. Das ist ein reines Ego-Spiel. Ne, ne. So ist Pursen an, aus. Komma. Hahaha. Geil. Das ist geil. So, was möchtest du? Ähm, reißt du die Wand hier hinter ab? Oder kann ich da ein Rezept dranhängen? Äh, warte, 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 warte. Ich muss gucken, ich muss gucken, ich muss gucken. Die kommt weg. Aber jetzt noch nicht. Ja, ich kann das Rezept nicht wieder ablehnen, wenn ich es anhänge. Daumen. Ach so, ne, dann hängst du mal lieber nicht an. Hast du irgendeine Wand, an die ich das anhängen kann? Äh, warte, egal. Warte mal, die Dinger kommen auch weg. Dann Reiß, äh, pfff. Warte, ich kann dir hier eine Wand hinsetzen, die auf jeden Fall bleibt. Wenn ich einen Hammer hätte. Hammer, 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 Hammer. Hammer, 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 den Hammer. Äh, du, du, du. Du, 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 du. Die zwei Wände bleiben auf jeden Fall. Hundertprozentig. Okay. Hammer, Hammer, Hammer. Äh, Metallbank. Dann kommt hier drüben hin. Dreck kommt da rein. Den Bärenkopf ziehe ich wieder aus. Da habe ich was anderes mit vor. Äh, Plastik und dorthin. Das Zeug dahin und das Rezept dahin. Das Leder da. Und wir haben schon 32 Leder. Ja. Läuft bei uns. Das, 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 das. So. Wow. Ich lege das Plaste weg und ich brauche es. Und direkt verstärken. Boah ey. Ich brauche eins, zwei, drei Metall. Und ich habe nur noch eins. Das heißt, wir werden hier bestimmt noch mal tauchen müssen. Ja, können wir gleich machen. Ich habe doch gerade eine gekillt. Äh. Oder haben wir noch Rohmetall irgendwo. Ich habe eins im Inventar. Ein Rohmetall. Äh. Haust du das mal hier rein? Weil dann könnte ich tatsächlich das Boot hier hinten vollenden. Und dann mit den Wänden und der zweiten Plattform beginnen. Dann mit der dritten und dann deine Baumplantage bauen. Ich habe es reingemacht. Danke, danke. Hättest du es auch gleich in den Ofen legen können? Das hast du nicht gesagt. Boah. Korrenten-Kackau. Äh. Ich habe schon wieder Steine und eine Beete. Beete, Beete, Beete. Die brauche ich nicht. Nettes behalten. Nettes behalten. Erstmal. Äh. Das, 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 das. Gut, reicht alles. Oh, ich hasse es. Was los? Ähm. Können wir für mich mal einen zweiten Kochtopf bauen? Also so eine etwas größere Kochtüche. Denn erstens, wenn wir das abbauen, gehen wir ja alle Rezepte früten. Zweitens. Ich muss die Rezepte da dranhängen, damit ich das überhaupt kochen kann. Ja, wir können dann noch eine zweite bauen, wenn ich mit der Etage fertig bin. Weil vorher bringt es nichts. Denn dann müssen wir die wieder abreißen und dann sind die Rezepte ja auch wieder weg. Okay. Wäre sowieso kacke, wenn du das abreißt, weil ich habe die ganzen Rezepte nicht doppelt. Dann. Musst du irgendwie drum herum bauen, wenn es geht. Äh. Na ja, ganz oben kommt hier die Blaumpantage. Baumplantage. Alter, ich leck mich am Arsch. Hin. Ähm. Was ist denn das überhaupt, was du da hast? Nee, was ich wo hab. Was ist denn das dort? Wie heisst denn das? Topf, glaube ich. Kochtopf. Da müssen wir auf jeden Fall noch Eisen farmen. Ja, Topf heißt das einfach nur. Da müssen wir auf jeden Fall noch Eisen farmen. So, hier hinten ist alles verstärkt. Gut, also der Boden wäre komplett fertig jetzt vom Boot. Dass ich anfangen kann, hier hinten weiter zu machen. Äh. So, so, so. Hier müssen die Baumplantagen dann erst einmal weg. Vorher kann ich da nichts machen. Warte, ich hab die gerade gepflanzt. Ja, ist kein Problem. Es muss nicht alles heute passieren. Ich brauche dann auch wieder Holz dazu. Und wir haben aktuell, ja mehr als genug Holz, wenn ich hier so reingucke. Das Plaste brauche ich erst einmal nicht. Das Seil brauche ich. Warum ist das Seil eigentlich da drin? Das gehört doch da rein. So, der Hammer kommt dort hin. Das kommt alles da hin. Und Cliver brauchst du ja für den Topf. Äh. Stell dich auch gleich mal nebenbei noch was her. Ich hab dich ganz genau gesehen. Hey, ich wusste, dass du mich anknabbern wolltest. Hier ist leider kein Erz. Ne, dann fahren wir zur nächsten Insel, wenn hier nichts ist. Ja, ich bin noch am Schauen. Aber ich klicke sie. Ouch. Wir fahren zur nächsten Insel. Okay. Drei, vier, fünf. Das war's dann. Eins, zwei, drei. Gut, das war's. Ähm, Holz müssten die noch drin haben. Genau. Also, äh, soll ich, Dings hier, äh, Richtung ändern und dass wir erst einmal zurückfahren mit dem Boot? Warte mal, ich wollte erst einmal das umstellen. Wir haben ja dann eine neue Richtung gemiesen bekommen. Ja, ja. Kannst du es doch machen. Die reiche einfach schon nebenbei. Ne, wir fahren erst einmal rückwärts, wenn ich das anschalte. Ich kann aber, während ich mich drehe, nicht wirklich was machen. Ähm, Ike? Ja? Wir machen eine Drehkreuztour. Warum? Wir drehen uns mit dem Kreuz. Nee, kann nicht sein. Wir fahren beide vorwärts. Ja, weil ich das Wenglad ja nur eingeschlagen habe. Ach so, dann mach's mal ordentlich. Mach ich gleich, wenn wir rauskommen. Ja, du hättest es gar nicht einschlagen brauchen, denn wir können vorwärts und rückwärts fahren mit dem Teil. Äh, Seite, 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 wir fahren uns gegen... Insel. Gut, reicht schon. Gut, reicht schon. Oh, wollte ich dann auch weiterbauen. Ach du Scheiße. Okay, jetzt passt so weit. Ja. Also, ich kann hier selbst fahren. Vergiss es. Okay. Jetzt muss ich gucken, bis wohin hatte ich das gebaut, bis zu dem Teil. Okay. Okay. Dann da hinten. Und das abbauen, während man sich dreht beim Fahren ist scheiße. So wie alles andere, ich weiß. Weil der immer wieder oft hört, ähm, na, hier abzubauen. Ja. Wie das ist das? ist. Da kommt so ein komisches Eckteil ran. Und auf der anderen Seite auch. So. Und hier ein bisschen Blätterabteil. Sechs. Sieben. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Und da braucht ein Kreuz. Das muss ja nicht mehr ruhen. Doch da gab es gerade Rüls. Sieben. So. 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 So.